Na, wen haben wir denn da? Unser frisch vermähltes Brautpaar. Hallo Max. Hey, wir haben gehört, dass es... Das war's. Dass es dir wieder besser geht. Ach, ging's mir denn schlecht? Nina hat es uns erzählt, ja. Ach, hat sie. Das ist ja schön, dass ich das auch mal erfahre. Wahrscheinlich hat sie in der ganzen Stadt Plakate aufgehängt. Jedenfalls freuen wir uns, dass es dir wieder besser geht. Ah, ja. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass dich das freut. Jetzt hast du ja endlich wieder freie Bahn bei meiner Frau. Jetzt hör bitte auf damit, Max. Dass du aber immer noch die Ahnungslose spielst. Ach, ich vergaß, du. Vertraust ja deinem Liebsten. Also, wo ist sie? Nina. Nein, die Kaiserin von China. Sie ist oben. Und, habt ihr euch heute schon die Zunge in den Hals gesteckt? Jetzt ist aber Schluss, Max. Wir sind noch nicht fertig, Petersen.